Schütte schnell ein paar Bierchen rein und dann ab mit dir ins Bett. Juhu! Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Hemdl oder Schweinsbraten? Hemdl. Hemdl oder Schnitzel? Hemdl. Hemdl oder vegane Weißwurst? Hemdl. Hof, Berufsschullehrer rastet komplett aus. Ich hab gesagt, es wird auch nicht zum Rauchen gegangen oder sonst irgendwas und werde ständig gefragt. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Wir hoffen in den Augen. Elfbar? Nein. Mir ist nicht mehr helfbar. Leute, ich hab hier den wichtigsten Job, die wichtigste Position auf dieser Party. Ich bin wichtiger als der Gastgeber. Ich pass auf, dass keiner hochkommt. Nein, Mann, da bin ich. Schöner, Alter, Stanley hat mir einen Schlüssel für die Terrasse gegeben, Mann. Spann dich. Du kannst durch. Gib mir 5 für 4. Ich wurde gerade in den Arsch gepickt und diese Frau will mir nicht helfen. Handy her. Nein. Ich treffe einen Kunde, der ist über 40 und er will sich was angucken, ich sage ihm natürlich. Kati Hummels, wollten wir mit dir so ein Oktoberfest? Ja, also die hat da irgendwo so ein Oktoberfestzelt gehabt. Achso. Da hab ich, nö, ist ja nett, dass ich frage, ob du gesagt, nö, danke, ich trinke keinen Alkohol. Also dementsprechend ist für mich das Oktoberfest auch eher ein Fest, wo ich nicht auftauche. Kannst du sagen, du hast einen dunkelhäutigen Neffen? Stab. Ich hab auch Leute, Abos auftragen, hab ich da mal in der Bette ein Gameplay bekommen, ich hab von der Bette nicht pushen oder so, ok. Einfach so, ok. Eins, zwei, drei. Hamburger Royalty. Eins, zwei, drei. Hamburger Royalty. Die Betonung. Kritischer Hase. Eins, zwei, drei. Kritischer Hase. Kann alles aus, was wir wiedergucken. Ey, Bruder, bleib doch auf, Junge. Und ich bin der Ex von Dilara. Dilara hat Crush auf mich. Und Dilara ist meine Schwester. Viele schreiben mir bei Snapchat. Es geschah am 30. Januar 1933. Am 30. Januar 1933 haben wir hier natürlich mit dem Reichstag, ne, 30. Januar 1933, Reichstagsbrand, ne, genau. Und du macht der Greifung? Nein. 30. Januar? Moment. Stopp. Da müssen wir jetzt nochmal hier, ich lege Veto ein. 33. 30. Januar war der, was die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes? Ich bin, stopp. 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 Sollen Sie mir einen Blasen- oder Nierentier empfehlen? Und dann hat die gesagt, ja, der steht da oben. Soll ich Ihnen einen runterholen? Wie heißt Babyson? Och, Digga, das, wie hieß denn der Wichs? Äh, der, wie hieß denn der? Wir wollten mit dem gleiche, Energie spielen. Ach, sorry, sorry. Aber jetzt hat er, jetzt hat er sie beim Manager-Spiel verkauft, oder was? Ja, er hat irgendwas, ich verstehe den Spiel nicht. Ich hab irgendwas gesagt, muss man verkaufen. An alle Studenten, jetzt harte Real Talk, okay? Eben hat mir ein Student geschrieben, oh, ich kann mir 30 Euro im Monat nicht leisten. Das ist als Student schwer. Dann bricht ein Studium ab, brich's ab. Leute, ich hab ein Parfüm gefunden, einfach El Primo Parfüm. Denkt ihr, wenn das so sprüht, macht das. El Primo! Bruder, Geld oder Frau? Nein. Bleib schätze, Jakey. Hallo, bist du nicht King Julian aus Madagaskar? Hallo, ich grüße euch. Ich bin der King Julian aus der Madagaskar, aus dem Koninkreich. Und da küsse alle koninkliche Füße, oder lasse die koninkliche Füße küsse an. Und dabei schwingt der Maurice die Huf da. Ich grüße euch. I like the movie. Total. Kür Abrio. Boah, der halbe Buch. Ich glaube, egal wie viel Cash man hat, 65k sind immer 65k, bro. 200 minus 50. Boah, ich werd richtig gut im Game. Chat, was ist 6 durch 8? 75. Chat, watch this, ihr werdet proud of mich sein, okay? Let's go, let's go. Jetzt erkenn ich alle. Ich bin voll im Flow. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Digger, was ist das für ein Zinken? Man sieht ja sogar noch das, man sieht ja sogar noch das Auge. Ey, ich weiß nicht, wer das sein soll. Das sieht einfach nur aus wie ein Se... Digger, was ist das für eine... Das sieht ja komplett... Das sieht... Das kann ich nicht erkennen. Das ist eine... Das ist so göra nhất. Das ist so... Das ist so любовri. Es war die Kinder geboren gerade. Alles Gute. Alles Gute. Ich bin der AfD-Wähler. Ich bin der AfD-Wähler. Ich bin der AfD-Wähler. Damals war nicht alles schlecht. Das darf man auch nicht vergessen. Damals war nicht alles der Erste.